Season 1, Kapitel 6, Decisions and Difficulties Der nächste Morgen begann spät. Wir hatten das Frühstück verschlafen und kamen gerade pünktlich zum Mittagessen in der großen Halle an. Die Tische standen wieder normal, wie sonst auch, und auch die Dekoration war weitestgehend verschwunden. Nur die zwölf Weihnachtsbäume standen immer noch an ihrem eingestandenen Platz im Raum. Die Rumtreiber saßen bereits am Tisch und während die Mädchen, wie üblich, weit weg von ihnen Platz nahmen, ließ ich mich eben James fallen, der lebhaft mit Sirius diskutierte. Remus lächelte mich an, was ich erwiderte, ehe ich mich Peter widmete, der mit seinen Zaubertrankhausaufgaben beschäftigt war. Entgegen aller Erwartungen war ich relativ gut in diesem Fach, weshalb ich ihm half, den Aufsatz für Slughorn, unseren Lehrer, fertigzustellen. Kaum dass wir ihn beendet hatten, wurde das Essen aufgetragen und auch James und Sirius beendeten ihr Gespräch. Ah, Kat, genau auf dich habe ich gewartet, sagte James fröhlich, was ihm einen misstrauischen Blick von mir einbrachte. Ich sitze seit einer halben Stunde neben dir. Und das fällt dir jetzt ein? Was? Ehrlich? Wow, habe ich gar nicht mitbekommen. James wartete gar nicht erst auf eine Antwort, sondern widmete sich voll und ganz seinem Mittagessen. Ungläubig blickte ich zuerst zu ihm und dann zu den anderen Jungs, bevor ich mich an Sirius wandte. Was habt ihr mit ihm gemacht? fragte ich skeptisch. Er blickte mich an, als ich mit ihm sprach. In seinem Blick lag etwas, das ich nicht ganz entziffern konnte. Etwas, das ich so noch nie gesehen habe. Sirius antwortete mir nicht, was einer der Punkte war, der mich zweifeln ließ. Der zweite Punkt war die Tatsache, dass er anscheinend wütend auf mich war. Remus erbarmte sich letztendlich, mir zu antworten. James ist seit gestern Abend so drauf. Wie ich aus seinem verträumten Gestammel entnehmen könnte, hat Lilly anscheinend mit ihm getanzt. Ich grinste. Oh, Jamie, ich hätte nie gedacht, dass ein Mädchen es schaffen würde, so etwas mit dir zu veranstalten. James schien den neckenden Unterton zu überhören, denn er sprach enthusiastisch weiter mit Sirius. Unglaublich. Na dann, was habe ich sonst noch so verpasst? Remus zuckte mit den Schultern. Nicht viel. Irgendein Slytherin hat vor McGonagalls Augen in den Hof gekotzt, weil er zu viel Alkohol hatte und irgendjemand hat Alkohol in den Punsch gekippt. Das Übliche also. Das Übliche, stimmte ich zu. Wir wurden von einem Kreischen unterbrochen, das vom Himmel hinab zu uns wehte. Die Eulenpost traf ein. Schon von Weitem erkannte ich den schwarzen Kauz meiner Eltern und als er vor mir landete, steckte ich ihm einen Keks in den Schnabel, den er freudig fraß, ehe ich den Brief von seinem Bein entfernte. Liebe Kat, wir haben mit den Potters gesprochen und sie bieten dir und deinen Freundinnen an, die Weihnachtsferien bei ihnen zu verbringen. Sie sagten, je voller das Haus, desto besser. Wie du weißt, müssen dein Vater und ich leider auf eine Geschäftsreise nach Japan und können deshalb nicht zu Hause sein. Sie holen euch am ersten Ferientag vom Hogwarts Express ab. Wir hoffen, du freust dich und wünschen dir noch viel Spaß in Hogwarts. Genieß die Ferien, Kind. Und wir sehen uns Silvester. Alles Liebe, Mom und Dad. Freudig zeigte ich James den Brief, der mich daraufhin einfach mal in den Arm nahm. Ich teilte den Mädchen schnellstmöglichst mit, was uns erwarten würde. Und auch wenn ihre Freude sich in Grenzen hielt, die Ferien mit den Rumtreibern zu verbringen, blickten wir freudig auf diese Wochen hin. Wir verbrachten den Tag faul im Gemeinschaftsraum, erledigten die letzten Hausaufgaben und sprachen miteinander. Alle, außer Sirius und ich. Aufgrund dessen, dass er den ganzen Tag noch kein Wort mit mir gewechselt hatte, zog ich ihn am Abend, kurz vor der Sperrstunde aus dem Raum und raus in den Flur. Okay, was ist dein Problem? Fragte ich provokativ nach, die Arme vor der Brust verkreuzend. Keine Ahnung, wovon du redest. Ich habe kein Problem. Antwortete er, genauso herausfordernd. Ich verdrehte die Augen. Was für ein Idiot er doch manchmal sein kann. Herrlich. Ach ja, und deswegen hast du den ganzen Tag noch kein Wort mit mir gewechselt? Das ist noch nie vorgekommen. In all den Jahren, die wir uns kennen. Noch nie. Die letzten zwei Wörter betonte ich. Du willst wissen, was mein Problem ist? Fein, aber nicht hier. Er zog mich ungefragt vom Porträteingang weg, wo die fette Dame schon interessiert gelauscht hatte. Der konnte man auch nichts erzählen, ohne dass es gleich das ganze Schloss erfuhr. Und in Hogwarts gab es eh keine Geheimnisse. Wir endeten wie am Abend zuvor im Raum der Wünsche. Der gleiche Raum wie am letzten Abend. Ich schloss die Tür hinter uns. Silvius stand dicht vor mir und blickte mir in die Augen. Du willst wissen, was mein Problem ist? Du bist mein Problem, Cat. Du. Ich schnaubte. Ach, und wieso das? Was habe ich getan, dass du so sauer auf mich bist, hä? Er schüttelte ungläubig den Kopf und trat einen Schritt weg von mir. Die Bücher, die auf dem Tisch neben uns lagen, herunterwerfend. Das fragst du noch? James hat es dir gestern Abend selbst gesagt. Und ich weiß, dass du es mittlerweile abgeleitet hast. Du weißt es. Du weißt, worum es geht. Du weißt, was ich für dich fühle. Und du hattest es nicht nötig, am gestrigen Abend auch nur ein Wort darüber zu verlieren. Ich lachte auf und trat auffordern näher an ihn heran. Was hätte ich denn bitte sagen sollen? Super, Silvius. Ich finde es toll, dass du etwas für mich fühlst. Das wird unserer Beziehung bestimmt helfen. Oder hätte ich doch lieber sagen sollen, dass ich das Gleiche fühle? Er deutete auf mich. Zum Beispiel. Ich weiß, dass es extrem unpassend ist. Und ich weiß, dass du nicht das Gleiche für mich fühlst. Aber einfach nichts zu sagen ist. Silvius kam nicht dazu, seinen Satz zu beenden. Denn ich überbrückte die letzten Schritte zu ihm und küsste ihn. Er war einen Moment einfach nur starr vor Schreck. Ich schloss die Augen, als ich eine seiner Hände an meine Wange legte und er den Kuss intensivierte. Meine Lippen federleicht mit seinen teilte und sah beide Atem sich vermischte. Ich keuchte auf, als er mich weiter gegen die Wand drängte und er löste sich schwer von mir, als meine Hände zu seiner Hose wanderten. Ich spürte seine Stirn gegen ihre, als er schwer keuchte. Was tust du da? Sieht man das nicht? Erwiderte ich und rang nach Atem, als er meine Hände nach oben zog und sie gegen meinen Kopf pinnte, nur um seinen warmen Mund wieder an meinen zu drücken und mir damit die Luft zum Atmen zu rauben. Es kam mir nicht real vor, eher wie ein bizarrer Traum. Eine Stunde später lagen wir in einem Bett, das aufgetaucht war und atmeten immer noch schwer. Ich konnte nicht glauben, was gerade geschehen war. Ich hatte mit Sirius geschlafen. Ich wollte gar nicht daran denken, was weiter geschehen würde, wenn irgendjemand davon erfahren würde. Gott, was wenn James davon erfahren würde. Es bedeutete nichts, sagte ich ruhig, während er zu mir sah. Natürlich nicht, erwiderte er zögerlich und ich biss mir auf die Unterlippe. Seine Augen wirkten immer noch dunkel, seine Wangen gerötet. Du weißt, dass das hätte nicht passieren dürfen. Du weißt es. Sirius nickte zögerlich und ehe ich mich versah, lagen seine Lippen wieder auf meinen. Seine Hände legten sich an meine Seiten, als wir den Kuss verstärkten und er zog mich wieder näher an sich heran, sodass ich seine Brust an meinem Oberkörper spüren konnte. Sirius sagte ich in dem Versuch, mich von ihm loszumachen. Wir müssen damit aufhören. Die anderen wundern sich bestimmt schon, wo wir bleiben. Lass sie sich doch wundern, murmelte er nur und zog mich wieder näher zu sich. Nein, sagte ich bedeutend und er ließ mich endgültig los. Das hätte nicht passieren dürfen. Du weißt es, ich weiß es. Das wird alles kaputt machen und ich will nicht, dass alles kaputt geht. Ich stand auf, das Laken um meinen Körper geschlungen, während ich meine Kleidung zusammensuchte. Auch Sirius stand auf und stellte sich vor mich, packte mich an den Oberarmen und zog mich zu sich heran. Catherine, es wird nichts zwischen uns ändern. Versprochen. Es wird nichts passieren. Du weißt doch selber, schon jetzt, dass sich das hier nicht einfach so beenden lässt. Ich fühle es und ich weiß, dass du es auch fühlst. Es ist wie eine Sucht. Ich muss dich einfach berühren. Ich löste mich von ihm. Nein, ist es nicht. Wird es niemals sein. Gib es doch einfach zu, Cat. Er zog mich wieder zu sich. Er zog mich wieder zu sich. Diesmal an der Hüfte, als er das Laken von meinem Oberkörper entfernte. Niemand wird davon erfahren. Das hier bleibt unter uns. Sollte ich wirklich darauf eingehen? Was, wenn es nicht funktionieren wird? Ich muss darüber nachdenken, sagte ich nur. Er nickte. Wir zogen uns an und kurz bevor wir aus dem Raum traten, küsste er mich noch einmal. Wenn du das jemandem erzählst, werde ich dich töten, drohte ich ihm und er grinste weiterhin, während er seine Hände in die Hosentasche steckte. Meine Lippen sind versiegelt. Auf was hatte ich mich eingelassen?